Seit über 30 Jahren erleichtert AUFORUM den Alltag von Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Mit besten Produkten bietet AUFORUM eine Vielzahl an Hilfsmitteln und Problemlösungen. Diese helfen, betroffene Personen sicherer, bequemer und selbstständiger zu machen und die Arbeit der betreuenden Personen zu erleichtern. Im Mittelpunkt steht die individuelle Beratung der behinderten Menschen und ihrer Betreuer. In unseren Verkaufslokalen in Münchenstein und Zug zeigen wir unsere breite Produktepalette. Im Beratungsgespräch klären wir Ihre Bedürfnisse ab und zeigen Ihnen die Funktionsweisen unserer Produkte. Für eine unverbindliche Beratung von privaten Kunden kommen wir auch gerne zu Ihnen nach Hause. Die Produkte der AUFORUM decken alle Bereiche des täglichen Lebens ab. Schlafzimmer, Pflegebetten und Zubehör, Badezimmer, Bad, Dusch, Toilettenhilfen, Patientenheber und Transferhilfen, Wohnzimmer, Aufsteh- und Dessel, Mobilität, Rollstühle, Gehwagen, Treppenlifte, Scooter, Alltagshilfen, Ess- und Trinkhilfen, Sicherheit, verschiedene Alarmsysteme. Heimen bietet AUFORUM ein umfassendes Sortiment zur Einrichtung der Zimmer und Räume und zur Optimierung von Abläufen. Unsere Kunden sind meist betagte Menschen und pflegende Personen, namentlich Angehörige und professionelle Organisationen wie Spitex, Sozialdienste, Versicherungen sowie Behindertenpflege- und Heimen. AUFORUM beste Produkte für Pflege und Komfort, zu Hause und in Heimen. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.